Ab dem 8. September 2022 veröffentlicht Play on Pictures Cyborg aus dem Jahre 1989 mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle in einer Shop-exklusiven Sonderedition. Diese wird ab dem 1. September ca. 9.30 Uhr im Shop-exklusiv zu vorbestellen sein. Außerdem gibt es hier noch eine Gratis-Zugabe, nämlich Slinger im Director's Cut, wie wir hier sehen können. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt ein weiteres kleines Gimmick. Diese Kette, die gibt es auch noch gratis mit dazu und wir wollen uns jetzt selbstverständlich alles einmal in Ruhe und genauer angucken. Legen wir los mit dem Unpacking sozusagen der Präsentation zu Cyborg von Play on Pictures. Gucken wir uns zuerst einmal die Box selbst an. Wir sehen, dass der Hintergrund glänzend gehalten ist und der Vordergrund unsere Hauptfigur Matt. Eigentlich kennen wir das ja umgekehrt. Kann man aber durchaus mal so machen, also von der Druckqualität, wie man hier sehen kann, sieht das richtig klasse aus, super scharf. Und auch die Farben der Gesamtbox kommen hier richtig klasse rüber. Das gefällt mir persönlich sehr gut. An den Seiten oben und unten haben wir dann nochmal diesen Cyborg-Schriftzug stehen. Und wie wir sehen können, ist der untere Teil der Box matt gehalten, aber dennoch kommt das Ganze recht farbenfroh rüber. Ist ja auch sehr schön bunt, dieses Motiv. Und wir haben hier Jean-Claude Van Damme nochmal in anderer Pose dran stehen. Also nicht einfach nur ein Artwork Recycling auf der Rückseite oder einfach nur hier die Landschaft nochmal abgebildet. Das finde ich natürlich sehr gut. Dann machen wir die Box einmal auf. Das geht ganz leicht an den Seiten, wenn man die Box einfach nur hochzieht. Dann kann man den Deckel komplett entnehmen. Wir haben hier noch die Folie. Das Ganze kommt dann mit dem FSK-Sticker auf der Folie drauf. Schön original verpackt daher. So muss das auch sein. Außerdem haben wir selbstverständlich noch ein technisches Datenblatt. Dieses passt perfekt in die Box rein. Flack danach nicht einfach nur so lose irgendwo rum. Und wie wir hier lesen können, haben wir noch jede Menge Bonus-Material am Start. Aber auch zwei verschiedene Master und zwar eins von 2012 mit einem etwas schärferen Bild. Und das Master von 2017 besitzt etwas bessere Farben. Hat mir persönlich insgesamt besser gefallen. Aber gut, das ist ja natürlich Geschmackssache. Außerdem könnt ihr hier noch eben dieses Bonus-Material dem technischen Datenblatt entnehmen, wenn ihr einfach nur die Pause-Taste gedrückt habt und habt gelesen. Wir haben auch noch ein 20-seitiges Booklet von Christoph N. Kellerbach mit am Start. Zusätzlich gibt es dann auch noch einen Canon-Video-Comic, wie wir hier sehen können. Den gucken wir uns selbstverständlich auch einmal an. Und ja, der lehnt sich am Film an. Ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Aber doch schön, wenn sowas noch zusätzlich mit beiliegt. Wir haben zum einen den Comic. Dann haben wir noch ein paar Informationen zu den Schauspielern, die hier in Cyborg mitgespielt haben. Dazu noch ein paar weitere Filminformationen und noch ein paar schicke Fotos, wie ihr das hier sehen könnt. Außerdem gibt es dann noch ein bisschen Eigenwerbung, ja, in Sachen Canon zu ein paar Filmen mit Charles Bronson und auch Michael Dudikoff hier. Und das ist doch schön, hier nochmal an diese Action-Stars erinnert zu werden. Und auch an weitere Filme, wie wir hier links sehen können. Was war denn damals alles noch so Programm von Canon? Also, ganz witzig dieser Comic. Dann kommen wir aber zum Booklet selbst. Und wir sehen es, wie kriege ich das Ganze jetzt hier wieder raus. Wir haben links und rechts keinen Platz, damit wir das rausholen können. Und ich habe schon bei der Species-Box damals moniert, warum gibt es kein Bändel, woran man den Boxinhalt rausziehen kann. Ja, das gibt es ja bei anderen Boxen auch. Darauf hat man auch hier wieder verzichtet. Ich gehe aber davon aus, dass diese Box schon in Produktion war. Denn überall steht auch noch Kochfilms drauf und nicht Play-on-Pictures. Also, vielleicht macht man das nächstes Mal. Oder man macht es gleich so wie bei der Bell-Box. Hier hat man eine schöne Aussparung. An der Seite kann die Box ganz leicht öffnen. Der Deckel bleibt drauf. Und an der Seite hier, das seht ihr, kann man ganz schön eingreifen und den Boxinhalt entnehmen. Ohne irgendwas kaputt zu machen oder Ecken zu stauchen. Und das Ganze kann man dann auch wieder sehr einfach und sauber wieder verstauen in der Box. Also, liebes Play-on-Pictures-Teams, das mal so als Kritik. Hier von meiner Seite aus. Natürlich kann man den Boxinhalt sehr leicht herausnehmen, indem man die Box kippt. Aber speziell bei den Ecken hat man da immer Angst, sich da was kaputt zu machen. Dann gucken wir uns mal das Booklet selbst an. Das ist, wie vorhin schon erwähnt, von Christoph N. Kellerbach geschrieben. Da haben wir auch 20 Seiten gemischt mit ein paar Szenenfotos. Dann natürlich ein paar Behind-the-Scenes und Making-of-Fotos. Wir haben sehr viele Informationen zum Film. Ein Slinger geht auf Reisen. Dann über auch die Produktionsgeschichte hier. Sehr informativ, sehr abwechslungsreich. Mal wieder geschrieben von Christoph N. Kellerbach. Das kennen wir und so wollen wir das als Filmfans auch haben. Der anhaltende Kultfaktor von Cyborg haben wir hier noch dran stehen. Und ein echt tolles Backmotiv beim Booklet. Und der Film ist zwar trashig, aber irgendwie trashig Kult. So viel muss man natürlich auch dazu sagen. Dann haben wir hier das Digipack. Und das ist auch sehr schön gestaltet. Passt natürlich super zur Gesamtbox. Und wir sehen es hier. Es wurde auch auf dem Digipack nicht einfach irgendein Artwork-Recycling betrieben, wie wir das von anderen Produktionen auch im Mediabook oder sonstiges herkennen, dass das Front-Artwork drei- oder viermal benutzt wird. Nein, ihr habt es gesehen, auf der Rückseite oder Unterseite der Box war ein anderes Artwork. Und dann auch hier noch auf dem Digipack. Auch die Discs selbst sind anders gelabelt und unterschiedlich gelabelt. Passen super zum Gesamtdesign. Wir haben hier das 2017er Master. Wie gesagt, das hat etwas bessere Farben, wirkt irgendwie insgesamt doch recht besser als die 2012er Version. Die ist zwar etwas knackiger, aber auch wieder etwas körniger. Das ist dann am Ende Geschmackssache, was jeder für sich eben bevorzugt. Schön ist ja, dass man eine Auswahl hat. Und da hatten wir dann auch noch die DVD und den Innenprint, der sich ebenfalls hier sehr gut sehen lassen kann. Dann kommen wir zur Unterseite der Box. Hier haben wir so einen kleinen weißen Einleger. Und den kann man ganz leicht herausnehmen. Das ist sowas wie ein Platzhalter. Und hier kann man dann die Gratiszugabe, das muss man natürlich auch betonen, Slinger hier in einer Schuber-Edition mit einlegen. Aber das Ganze ist so knapp bemessen, dass es zwar reingehen würde, ich das jetzt aber hier nicht unbedingt reinpressen wollte. Denn wie bekomme ich es nachher wieder raus? Wir haben ja an den Seiten eben kein Bändchen oder Sonstiges, auch keine Eingriffe. Und da läuft man dann Gefahr, dass man sich die Ecken hier kaputt macht. Von dieser schönen Schuber-Edition. Und da hat man sich ja so viel Mühe gegeben. Also wäre es natürlich schade, das Ganze hier reinzupressen und dann ein, zweimal rein rauszuholen. Dann bin ich mir sicher, hat das definitiv schon ein paar Abnutzungserscheinungen. Und wie gesagt, hier wäre das optimal gewesen, wenn man das wie bei der Bellbox löst. Einfach an der Seite offen lassen und dann schön den Boxinhalt reinlegen und auch wieder rausnehmen, ohne Gefahr zu laufen, sich das Ganze hier kaputt zu machen. Denn ihr seht es, das ist schon Millimeter-Arbeit. Wird reinpassen, aber ja, ich habe jetzt darauf verzichtet, das Ganze hier mir vielleicht beim Unpacking noch einzureißen oder so. Das kann ja durchaus passieren. Dann schauen wir uns diese Schuber-Edition einmal genauer an. Der Schuber selbst, den finde ich schlicht, aber doch recht ansprechend gestaltet. Darunter haben wir dann ein Digi-Pack. Da haben wir vorne dasselbe Motiv drauf mit einem schwarzen Hintergrund, allerdings noch etwas mehr Motiv. Wie wir sehen können, diese Stadt im Neonlicht und auch die Charaktere, ich mag das, das wisst ihr, das trifft meinen Geschmack, trifft nicht jeden Geschmack und über Geschmack kann man bekanntlich streiten. Aber ich persönlich finde das richtig schön gestaltet. Dann haben wir hier eben den Directors Cut. Den gab es ja lange Zeit, nur beim Director selbst über E-Mail zu bestellen. Dann wurde das Ganze im Zuge der Platinum-Kaltveröffentlichungen hier auf Blu-ray und auch auf DVD veröffentlicht. Das sind exakt dieselben Discs, wie wir sie eben schon seit dieser Veröffentlichung her kennen, nur eben anders und schöner gelabelt. Und auf der DVD haben wir dann nochmal den Film, allerdings mit einem Audiokommentar vom Regisseur und den gibt es dann auch auf Deutsch untertitelt. Soviel einmal zu den beiden Discs. Dann wollen wir uns hier natürlich noch den schicken Innenprint angucken und der, ha ha ha, der macht richtig was her. Also in sich eine sehr stimmige Edition, das muss man natürlich schon sagen, sowohl die Gratis-Zugabe-Slinge hier als auch die Box selbst. Und obendrauf gibt es dann nochmal hier dieses kleine Gimmick mit dazu. Wir wissen es kein Must-Have, aber haben es besser als brauchen. Also meine lieben Filmfreunde, soviel einmal zur Cyborg Special Edition von Play on Pictures. Play on Pictures Shop exklusiv. Ab dem 1. September ca. 9.30 Uhr zum Vorbestellen. Release-Datum ist dann der 8. September 2022 preislich. Liegen wir hier zum Start bei 39,99 Euro. Und ob es euch die Sache wert ist oder nicht, könnt ihr hoffentlich nach meinem Video für euch selbst entscheiden. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus!